so was mache ich denn ein toast und dieses toast werde ich dann einfach auf den teller packen tue ich die salami in die pfanne und back mir dann noch ein paar jahr drauf gibt es das zu essen und danach werde ich mein handy müssen aufladen bis zum musik hören zwischenzeitlich ja dann muss ich mir noch mal was anfangen das war ich muss eigentlich auch noch mal los so ist das sauber geht so nachher noch mal nach schrubben nebenbei habe ich ja auch noch das fand ich ganz cool habe ich ja auch bei lidl gekriegt flugzeuge sind an der ziel gegen feuchtigkeit der steht bei mir nämlich auf so ich mal meine eier und werde dann meinen tost genießen bis dann tschüss